Verschiedene Zeitungen in Frankreich decken auf, was bei der französischen Nationalmannschaft nicht richtig lief. Unter anderem soll es einen Streit gegeben haben, laut der L'Equipe, zwischen Antoine Griezmann und Mbappé. Was war los? Mbappé soll eifersüchtig gewesen sein auf Antoine Griezmann, denn der hat hohes Ansehen in der französischen Nationalmannschaft, auch bei Trainer Deschamps und eigentlich bei fast allen Spielern. Auf diese Rolle sei Mbappé neidisch eifersüchtig gewesen, weil eben viele mit ihm nicht ganz so gut klarkommen. Viele halten ihn so ein bisschen für arrogant, so ein bisschen zu dievenhaft, sage ich mal. Und Griezmann wurde von allen respektiert, das soll Mbappé nicht gefallen haben. Zudem gab es zwischen den beiden einen Streit über die Rückkehr von Benzema. Mbappé wollte, dass Karim Benzema zurückkam und Griezmann war damit nicht ganz so happy, weil er dann eine andere Rolle auf dem Platz spielen musste, berichtet die L'Equipe. Und da sollen die beiden wohl öfter mal aneinander geraten sein. Und generell wurde jetzt ja immer wieder berichtet, dass im Team es mehrere Machtkämpfe gab, auch Pogba war da drin, verstrickt, sage ich mal, auch Pavard zum Beispiel von den Bayern. Also ganz viele Namen wurden da genannt. Rabios Mutter hat sich ja anscheinend letztens auch noch eingemischt. Also da ist alles andere als heile Welt bei den Jungs gewesen aus Frankreich, sondern da gab es anscheinend wirklich viele Egos, die aneinander geraten sind, wohl angeblich auch die beiden von Griezmann und von Mbappé, wobei das Ganze eher, so wie ich es jetzt hier zumindest rauslese, von Mbappé ausgegangen sein soll. Ja, meine lieben Freunde, schwieriges Thema. Wir alle stecken nicht drin, wir alle sind nicht in der Kabine gewesen, wir alle waren auch nicht im Trainingslager mit dabei. Und dementsprechend, ja, bin ich mir nicht so ganz sicher, was wir davon zu halten haben sollen. Oder habt ihr vielleicht eine klarere Meinung, dann schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Ich bin gespannt, klickt in die Mitte, kommt ihr zum letzten Video. Die UEFA hat ausgerechnet, wer der beste Spieler bisher bei der EM ist. Und ich glaube, die Nummer 1, darauf kommt ihr nicht, oder? Klickt in die Mitte, findet es raus, wir sehen uns später wieder und denkt dran, haltet den Ball richtig flach.